Herzlich willkommen zum heutigen Info-Video rund um das Thema Flüssigkeitsversorgung. Die Flüssigkeitsversorgung ist extrem wichtig, speziell jetzt im Sommer, denn wir brauchen mindestens zwei Liter über den Tag verteilt getrunken. Wasser ist wichtig, um Ausscheidungsprozesse im Körper zu unterstützen und Wasser ist ein Transportmittel, um Nährstoffe in die Körperzelle zu transportieren. Genauso auch wichtig für die Kühlung des Körpers und wenn wir sportlich aktiv sind, dann benötigen wir ein Extra an Flüssigkeit bzw. Wasser. Reifere Leute und auch Menschen, die viel beschäftigt sind, haben es manchmal recht schwer an ausreichend Flüssigkeit zu kommen und hier haben wir die Herbalife-Produktserie, ein Teil aus der Herbalife-Produktserie, hier einfach hilfreich sein kann. Hier haben wir beispielsweise drei verschiedene Aloe-Getränke hochwertig produziert, schonend geerntet und wir haben einmal das Aloe-Getränke-Konzentrat, dann haben wir den Aloe-Mango-Trink und wir haben das All Aloe Max mit 97% reinem Aloe-Gehalt. Wie verwendet man jetzt die Aloe-Getränke? Man nimmt drei Verschlusskappen auf etwa 120ml Wasser. Man kann sich zum Beispiel auch 1 Liter trinkfertiges Getränk mischen. Je Flasche hat man etwa 4 Liter trinkfertiges Getränk, was man mischen kann und 1 Liter trinkfertiges Getränk macht man mit 120ml Liter vom Aloe-Getränk. Das ist dann schön zu mischen mit kühlem und kaltem Wasser. Man kann hier wunderbar beispielsweise auch noch Minze mit reingeben oder Zitronenscheiben mit reingeben in eine schöne Karaffe und man hat ein wunderbares, erfrischendes Sommergetränk. Und bei dem Aloe-Mango haben wir einen frischen Mango-Geschmack mit dabei, mit sehr, sehr wenig Kalorien. Dann haben wir hier einen Limonen-Zitronenartigen Geschmack mit dabei, was sehr frischend sein kann, speziell jetzt bei den warmen Temperaturen. Und hier beim Aloe Max haben wir einen leicht zitronigen, sehr natürlichen Aloe-Vera-Geschmack. Alle drei Getränke sind hervorragend, um Menschen zu helfen, mehr zu trinken über den Tag, aufgrund dessen, dass etwas Geschmack in das Getränk, sprich in das Wasser kommt und aber keine großen Mengen an extra Kalorien mit zugeführt werden. Und wer sich weiter informieren möchte, es gibt weitreichende Fachliteratur über die Vorzüge und die Vorteile von Aloe Vera Getränken bzw. von der Pflanze Aloe Vera. Wer jetzt beispielsweise ein bisschen sportlicher unterwegs ist bzw. auch extra Elektrolyte benötigt, haben wir aus der Hörerler 24 Serie das Hörerler 24 High Trade. Das ist abgepackt in 20 Portionsbeutelchen, somit sehr einfach zu mitnehmen. Man kann ja einen Beutel auf einem halben Liter Wasser geben, dann hat das einfach die entsprechende Elektrolytmenge für sportliche Aktivität. Wenn man schwitzt, verliert man Salze, Magnesium etc. und Leistungseinbruch und eine Krampfgefahr ist eben vorhanden, wenn man zu stark Flüssigkeitsverlust und Elektrolytverlust hat. Hier haben wir sehr wenig Kalorien, etwa 10 Kalorien pro Portion. Also auch für diejenigen geeignet, die einen Orangengeschmack ins Wasser haben möchten, ohne zu viel Kalorien wiederum über den Tag zuzuführen. Das ist ein sehr frischendes Getränk mit den B-Vitaminen mit dabei, Vitamin C mit dabei, die eben einfach wichtig sind für den Energiestoffwechsel und für das Immolsystem. Für den Tagesbedarf vielleicht auch auf einem Liter oder eineinhalb Liter Flaschen, einen Beutel und somit hat man es einfach leichter genügend zu trinken. Und Personen, die reifer sind, ich sage einmal vielleicht 70, 75, 80 oder auch älter, tun sie meistens sehr, sehr, sehr schwer genügend zu trinken, möchten gerne Geschmack. Reifere Personen bewegen sich meistens auch weniger. Deshalb müssen sie auch aufpassen, dass sie nicht zu viel Süßgetränke mit zu viel Kalorien trinken. Von daher ist das Forever 24 High Weight perfekt für Menschen, die darauf achten wollen und wissen, dass sie wenig Kalorien zuführen. Und hier haben wir eben eine vernachlässigbare Menge pro Portion von etwa 10 Kalorien mit dabei. Und für diejenigen unter Ihnen, die Sport treiben, aktiv sind, ob das Bergwandern ist, Mountainbiken, Ambitioniert Fitness, diverse Workouts, haben wir gemeinsam mit Cristiano Ronaldo entwickelt. CS7 Drive, das gibt es in zwei verschiedenen Portionsgrößen, einmal mit 10 Portionspackungen. Das sind dann solche Tüten, die hier vertreten sind, fertig abgepackt. Eine Tüt ist eine Portion für einen halben Liter Wasser oder aber auch in einer 20 Portionen Dose mit einem Messlöffel, wo man einfach zwei Messlöffel auf einen halben Liter Wasser gibt. Was bringt einem CS7 Drive? CS7 Drive hat knapp 100 Kalorien. Das ist eine sogenannte Kohlenhydrat-Elektrolyt-Mischung für diejenigen, die gerade aktiv Sport betreiben bzw. sich bewegen. Und Flüssigkeitsverlust, Elektrolytverlust und eben auch Kohlenhydratverlust sind die drei Hauptfaktoren für Leistungseinbruch. Also ideal für alle Freizeitsportler, ambitionierten Sportler, Bergwanderer, viele, die auch im Garten unterwegs sind und draußen jetzt gerade viel schwitzen, aber einfach diese extra Portion Energie benötigen. Keine künstlichen Aromen, keine künstlichen Süßstoffe mit dabei, kein Koffein. Also auch für diejenigen, die darauf achten, kein extra Koffein im Getränk zu haben, eine ideale Lösung. Mein Tipp, achten Sie speziell bei diesen warmen Temperaturen auf genügend Flüssigkeitszufuhr und wählen Sie einfach Ihr passendes extra Getränk dazu aus, damit es Ihnen leichter fällt, genügend zu trinken. Sollten Sie Fragen haben, dann wenden Sie sich einfach an Ihren persönlichen Herbalife-Ansprechpartner. Der Video wird Ihnen mit Sicherheit noch ganz individuell weiterhelfen können.